So, es geht weiter. Wir fangen jetzt an mit den deutschen InfluencerInnen und natürlich mit dem Kollegen von About You, der sie sozusagen herbegleitet. Man muss ja sagen, als vor über 10 Jahren, ich glaube 13, 14 Jahren, die erste Staffel von Germany's Next Topmodel auf Sendung ging. Ich gebe es ehrlich zu, da habe ich jede Folge gesehen und wahrscheinlich genau aus einem Grund. Es durfte nur sie gewinnen und sie hat dann auch gewonnen, nämlich Lena Gerke. Seitdem ist sie natürlich dieser Rolle mehr als entwachsen. Sie moderiert aktuell mehrere TV-Shows. Man kann sagen, dass sie mit 2,2 Millionen Followern auf Instagram offensichtlich irgendwas verstanden hat, wie die Sache da läuft und baut aktuell auch mit Leger eine eigene Marke auf. Das nicht ganz alleine, sondern sozusagen in Kooperation gemeinsam mit About You und deswegen wird sie jetzt auch mit dem Director Content von About You namens Julian Jansen hier auf der Bühne erzählen, wie genau Influencer-Brands auch für Unternehmen interessant sind, wie die zusammenarbeiten und was wir als nächstes zu erwarten haben. Und naja, ihr werdet sie alle kennen, trotzdem haben wir ein paar Bilder vorbereitet. Hier sind gleich Lena Gerke und Julian Jansen. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ja, ich kann einfach kreativ sein und das ist das Schöne. So, jetzt wäre der Zeitpunkt, Lena und Julian, wo ihr auf die Bühne kommen könntet. Ich kann euch sagen, die Hütte ist voll. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet. Wir hatten so einen kleinen Screen da hinten und man hat nur so die ersten fünf reingesehen, aber nicht die... Gut. Ja, weil wir wollen ja nicht, dass ihr in die Bühne... Ich habe extra noch Franzbrötchen verteilt, damit die Leute kommen. Ihr wart das? Ja, ja, ja. Habt ihr Franzbrötchen gekriegt? Ja. Ja, gibt es noch welche? Nee. Ja, aber es waren schon ein paar, oder? 1.200, 1.400? Äh, 1.200, ja, 1.200. Ja, das klingt... Wir dachten, 3.000 passen rein, 1.200. Nicht schlecht, sehr gut. Wir machen ein kleines Frühstück. Wollen wir uns setzen? Ja. Sucht euch einfach zwei Plätze aus. Wir haben besprochen, dass ihr heute bestimmen dürft. Wohin? Es ist doch ruhig hier. Wow. Ja, die sind alle super gespannt. Sag mir, Lena, zu Anfang, Hand aufs Herz, was war cooler? Coachella oder die About You Awards? Wo war mehr Spaß? Äh, okay, das ist jetzt schwierig für mich zu warnen. Hallo. Sei ehrlich, sei ehrlich. Nein, ich habe in Coachella einen mega coolen Roadtrip gemacht mit BMW, das war toll, aber ich persönlich bin kein Festivaltyp. Ähm, deswegen muss ich auf jeden Fall sagen, About You Awards, ich habe, ähm, glaube ich, den Laden zugemacht um halb vier. Steig. Bin dann noch weitergezogen mit ein paar Leuten, also es war auf jeden Fall, es ist immer eine Megaparty, es ist eine super coole Show, das ist wie Familientreffen, weil man kennt wirklich fast jeden, der dort vor Ort ist. Mein Mikro macht so komische Geräusche, ne? So. Ähm, aber es war lustig, war total lustig und ihr seid eh wie Family für mich, deswegen macht das immer Spaß. Also ihr seid auch richtig eskaliert. Wir sind richtig eskaliert. Ja, weil manchmal hört man ja so, gerade vielleicht als Film- und Fernsehbranche, dass die Partys total überschätzt sind hinterher und das tut mir dann immer wahnsinnig leid, weil es ist ja auch Arbeit für euch und für die Gäste und die kommen hin und sehen gut aus und dann will man ja auch eine gute Party. Und bei dieser Party muss ich sagen, ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen von Freunden von mir, die auf diese Party wollten und ich glaube, die Gästeliste ist geplatzt bei euch, ne? Ja. Das war auch deine Antwort. Ich habe Lena so im Anschluss irgendwie geschrieben, ja vielen Dank, dass du da warst und es war so toll. Also Julian, wirklich, das erste Kriterium, dass so viele Leute mich angefragt haben nach Karten, die Party muss perfekt gewesen sein. Ja. Wir haben uns so ein bisschen die Challenge gesetzt. Letztes Jahr hatten wir so ungefähr zwei männliche Zuschauer bei der TV-Show. Ich gebe es ehrlich zu, ich war es nicht. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das dieses Jahr ändern wollen. Ich weiß, es waren Paul und Joko wahrscheinlich. Ja, stimmt. Direkt einen davon eingekommen. Beide mit der Box zu Hause. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Und das haben wir geschafft, die haben wir 40 Prozent gesteigert, die die männlichen Zuschauer wahrscheinlich durch den Ort hängen. 40 Prozent von zwei? Ja. Weiß das jemand? Okay, ist gemein. Und das hat schön funktioniert. Wir sind auf einen ganz verrückten Media-Wert gekommen. Wir haben über 1,52 Milliarden Medienkontakte mit der Schule. 1,52 Milliarden. Ich habe Milliarden gehört. Ja, da müssen wir uns selber noch so ein bisschen kneifen. Das sind auch keine ausgedachten Zahlen oder irgendwas. Wir haben jetzt Ende der letzten Woche das Reporting gemacht. Und das ist halt gigantisch für uns. Und da merken wir natürlich, okay, das kommt an. Wir werden irgendwie erwachsen mit der Show, finden da unseren Platz in der Influencer-Welt. Und das ehrt einen schon sehr und ermutigt einen, weiterzumachen und es noch größer zu denken und immer wieder neu zu denken. Und das haben ja auch immer viele vorher versucht, eine Show ins TV zu bringen, mit Influencer, mit Social Media, diese Welten zu connecten. Und ich glaube, ihr seid die Ersten, die das wirklich geschafft haben. Weil ansonsten ist es tatsächlich immer gefloppt. Ja, das stimmt. Das ist auch der Anspruch, dass wir eben sagen, okay, wir wollen eben die klassische Promi-Welt, sage ich mal, mit den Influencern verbinden und daraus eine Synergie bilden. Und das war dieses Jahr auch wieder sehr schön. Also du lächelst breit und es gab ja durchaus auch Kritik an den Awards. Das muss man ja nicht verschweigen. Aber ihr seid zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Es gibt immer Kritik. Genau, natürlich gab es viele Stimmen. Auch letztes Jahr sind wir relevant genug, wo wir sehr daran gearbeitet haben. Und auch dieses Jahr, ich glaube, wenn man einen Influencer-Award in Deutschland macht, dann setzt man sich schon so ein bisschen ins Brennnesselbeet, weil Influencer nun auch nicht bekannt sind, sage ich mal, mit der Meinung zurückzuhalten. Aber das ist uns bewusst und das wollen wir auch. Wir wollen, dass darüber gesprochen wird. Wir wollen, dass darüber diskutiert wird. Wir sind ganz dankbar über jede kritische Stimme als auch jede positive Stimme. Und deshalb werden wir das immer weiter führen, jetzt im vierten Jahr, dann nächstes Jahr und das dann weiterhin perfektionieren. Sehr gut. Lena, du hast eben schon erwähnt, mit BMW auf dem Coachella, About You, ist auch dabei, sind ja nicht die einzigen Brands. Gibt es für dich so ein Gradmesser, wie du entscheidest, mit wem du zusammenarbeitest? Kommt das eher aus dem Bauch? Worum geht es da? Also es geht eigentlich nur darum, ob die Marke zu mir passt und ob ich Lust darauf habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu fragen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, was möchte ich eigentlich nach draußen darstellen oder wer bin ich? Was möchte ich zeigen von mir? Und wie kann ich vielleicht auch andere motivieren, irgendwas zu machen? Und die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, das sind alles langjährige Kooperationen. Und das sind alles Menschen, die ich privat auch total mag. Man sagt ja immer eigentlich so, ja, im Business ist das nicht so wichtig, dass man sich mit Leuten versteht. Für mich ist es das Gegenteil. Ja, oder doch? Ja, ich brauche, also ich kann nicht so straight sein oder so. Ich brauche irgendwie das Gefühl, das sind Freunde und das ist eine Familie und man hat gemeinsam Ziele. Und das war auch bei unserer Kooperation, dass A und O. Julian kennen uns eigentlich schon, wir kennen uns eigentlich vom TV von vor etlichen Jahren. Jahre? Ja, von vor zwölf Jahren. Und deswegen war das Verhältnis von Anfang an ein ganz anderes. Die Basis war einfach anders und das ist mir wichtig, dass die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich nett sind, mit denen man auch hier abends mal ein Bier trinken gehen mag. Und dass es nicht nur Business-Related ist und man dann gemeinsam was Cooles schaffen kann. Ja, die Branche ist auch in Deutschland wahrscheinlich zu klein, oder? Man trifft ja, so wie bei euch, immer wieder die gleichen Leute. Wenn man sich da nicht versteht, ist ja furchtbar. Schwierig. Ist schwierig. Ist auch wirklich schwierig. Und das ist natürlich auch dankbar, wenn man dann natürlich so eine Kooperation oder so eine freundschaftliche Partnerschaft aufbaut, wo man einfach schnell exekutieren kann. Wo man nicht ewig lange politische Wege oder Diskussionen über Management und sonstiges führen muss, sondern dass man schnell irgendwie einmal per WhatsApp oder ähnliches, natürlich nicht am Management vorbei, aber schnell mal irgendwie eine Idee bringt und dann auch in einem Monat das Ding umsetzt. Also so läuft das auch bei euch. So sind so viele Sachen bei uns entstanden eigentlich. Also die Weihnachtsidee ist so entstanden. Wir haben ja immer eine große Christmas-Party. Dann war ich letztes Jahr an Weihnachten, saß ich zu Hause bei meiner Familie, in meinem Kinderzimmer in Kloppenburg mit meiner Mutter. Und irgendwie war mir ein bisschen langweilig, weil die Feiertage sind auch nicht immer so spannend dann zu Hause. Aber da ist mir die Idee gekommen, da habe ich mit Tarek von About You hin und her gewhatsappt. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal einen Gegenpart machen zu dieser Weihnachts-Christmas-Party, die wir machen. Weil eigentlich liebe ich Sommer und was warm ist. Ja, lass uns das irgendwo machen, wo es warm ist, wo die Leute Bock haben, irgendwie in den Pool zu springen. Und es soll so total unkonventionell sein und einfach nur Spaß machen. Und daraus ist jetzt die Idee entstanden, dass wir dieses Jahr, also in zwei Wochen eigentlich schon, man redet immer so lange darüber, wenn man das nicht montiert. Ja, in Cannes machen wir so eine Wellbeing, so einen Lunch. Tagsüber haben wir da so ein ganz tolles Haus mit einem Pool und allem. Und das passt einfach auch zu uns, zu Leger. Und das ist dann halt einfach an Weihnachten entstanden und so entstehen die wildesten Ideen eigentlich immer. Wir schicken auch oft hin und her oder wenn wir shooten, haben wir auf einmal eine neue Idee. Wir verwerfen dann auch wieder was, aber ganz viel Cooles ist schon dadurch entstanden. Und ganz viel eben Challengen, ganz viel ausprobieren, schnell ausprobieren, schnell auf den Markt werfen. Wenn wir irgendeinen Kleidungsstück oder irgendeinen Trend, was Lena sagt, entwickeln wir relativ flotten Proto, den ersten Style, werfen ihn auf den Markt, gucken, funktioniert er, okay, we ordern ihn, machen den nächsten Job. Ist das so die übergeordnete Strategie auch wie Leger, wenn du sie definieren würdest, also move fast, break things, also auch mal daneben hauen, einfach raus damit? Ja, man muss sagen, ja, das machen wir immer noch so. Es war stärker im ersten Jahr, jetzt im zweiten Jahr müssen wir sagen, haben wir wirklich einen Prozess oder mussten wir auch einen Prozess aufsetzen, weil die Kollektion und der ganze Brand so groß bei uns geworden ist. Wir haben inzwischen ein komplettes Team geinhoused in Berlin, was auf Leger arbeitet, also behandeln ist auch wirklich als eigene Marke, skalieren es jetzt komplett, haben unter Leger drei Kollektionen, die Never Out of Stock haben wir gegründet, die wirklich durchgängig verfügbar ist, haben eine Trendkollektion gelauncht, was sich dann zwei Drops im Jahr leistet, die dann wirklich nur auf Trends fokussiert ist und eine Design Collection, wo letztlich wirklich etwas spitzer, etwas designiger rangegangen wird. Das sind insgesamt pro Saison sind das immer Drops von bestimmt knapp 250 Teilen. Und das ist schon ein richtiges Volumen, wo wir auch sagen, hey, das macht so langsam irgendwie eine Prozentzahl in unserem allgemeinen Umsatz bei About You aus, dass wir da ganz stolz drauf sind, sowas gemeinsam irgendwie zu machen und so eine Brand irgendwie plötzlich unter den Top 50, 4S, Oliver und Esprit zu sehen. Das ist total verrückt. Ja, was aus einer kleinen Idee eigentlich entstanden ist und jetzt ist es tatsächlich, weil es war so ein Weg, es war auch Ausprobieren und ein Weg und ja, jetzt läuft es ganz gut. Und ist es aber so, funktioniert es wirklich nur über deinen Hebel mit deinem Namen und deinen Followern, ganz ohne klassischen Medien? Ja, es ist, also es ist auf jeden Fall, es ist ein Mix, natürlich ist es eine Lena Gerke, also bist du ja die hinter dem Brand stehst. Das Schöne ist natürlich, dass Lena auch noch vor dem Brand steht, als Gesicht, was wir uns natürlich, was natürlich auf uns abstrahlt, was ganz stark ist. Aber Ziel von uns ist es auf jeden Fall, den Brand aufzubauen und den Brand natürlich mit der Personality zu verknüpfen, weil da geht es heute hin. Weil wir müssen nur die aktuellen Artikel lesen, wie andere Brands unter Personal Brands leiden heutzutage. Oder die ganz große Goldgräberstimmung ist vorbei. Kann man das so sagen? So der wilde Westen des Influencer-Marketings, wo die Preise so, wo man nicht wusste, wo kann es noch hingehen? Es dämpft sich so ein bisschen ein. Das ist was anderes. Das ist nochmal ein anderer Schlag. Ich glaube, der ist noch nicht so ganz vorbei. Ich glaube, es ist, wenn man jetzt mit einer Lena natürlich, aber das ist kein Influencer-Marketing, das ist ja wirklich ein Teil von unserem Marketing-Mix mit Lena. Also das ganze Projekt, was wir machen, sei es mit Events, sei es mit einem Brand, sei es mit Posting, sei es mit Shootings und Co. Das ist ja ein komplettes Paket und das ist jetzt, in Deutschland kenne ich es nicht, wer das so professionalisiert aufgebaut hat und so eine Personal Brand wie Legere aufgebaut hat. Deshalb, das ist eher eine Ausnahme beim Influencer-Marketing, bin ich eher noch dabei, dass es schon noch wilder Westen ist und da noch viel rumschwirrt in der Welt. Was waren die merkwürdigsten Werbeanfragen, die du jemals gekriegt hast? Du musst keinen Namen nennen, aber vielleicht kannst du es umschreiben. Da war schon ein paar Lustige dabei. Was ich ja gar nicht mache, sind zum Beispiel so Einzelpostings. Also da habe ich mich ganz klar von Anfang an distanziert und habe gesagt, das möchte ich einfach nicht machen, weil ich will nicht heute für den Brand stehen und morgen für den Konkurrenten. Das finde ich auch unauthentisch und das finde ich auch nicht ehrlich und gerecht dem Kunden gegenüber. Das heißt, sowas passiert bei mir eigentlich gar nicht auf meinem Social Media Account, aber klar gibt es solche Anfragen. Ich glaube, die lustigste waren so Bio-Tampons und Haarwuchsmittel, wo ich mir auch so gedacht habe, es ist ja sehr nett, dass ich die Anfrage bekomme. Und du hast es nicht gemacht? Ich habe einfach mal nicht reagiert. Du hast gar nicht geantwortet? Ich habe gar nicht reagiert. Nein, weil da bin ich auch oldschool. Also ich bin nicht der Typ, der auf Fragen über Instagram reagiert. Die haben per Direct Message gesagt, hey, wir haben ein total Bio-Tampons, ein total gutes Produkt. Und das machen super viele Brands und das ist natürlich der schnelle, einfache Weg. Aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann muss das was Fundiertes sein und dann musst du schon bereit sein, eine E-Mail zu schreiben und die ans Management zu schicken oder so, damit es ein bisschen eine Professionellität hat. Das war eine Direct Message über Instagram. Das machen ganz viele Start-Ups auch und das finde ich eigentlich den falschen Weg. Weil so irgendwie ist das nicht so glaubwürdig, finde ich. Und dann setze ich mich gar nicht erst so richtig damit auseinander. Also es gibt eine E-Mail-Adresse, auch wo man hinschreiben kann. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Das können wir jetzt in den Raum nochmal geben. Die steht tatsächlich auch auf meinem Instagram-Profil. Fantastisch, das sollte man irgendwie schaffen. Wäre natürlich die Frage, ob du für das Haarbuchsmittel Werbung gemacht hättest, wenn die E-Mail gekommen wäre. Ob es immer noch zu abartig gewesen wäre. Nein, auf keinen Fall. Ich habe eine Anfrage von einer sehr kleinen Brauerei gekriegt, die haben ein Starkbier gebraut. Und die wollten, die brauchten dann auch jemanden, der das ja präsentiert. Und das wäre an sich jetzt nicht so das große Problem gewesen. Aber der Slogan war irgendwie, musst du weniger davon trinken. Weil es halt doppelt so viel knallt. Perfekt. Und dann dachte ich auch, also manchmal kann man dann einfach auch nicht mitgehen. Also man kriegt wirklich die wildesten Nachrichten. Ich will das gar nicht alles erzählen, was man da so bekommt. Doch, 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 doch. Nein, 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 wir könnten mal durchscrollen, aber auch manchmal nicht so jugendfrei. Okay, das dann vielleicht auf der Afterparty von der OMR, die sich messen lassen muss mit anderen Afterpartys. Ich weiß nicht, Philipp Westermeyer, wenn er gerade irgendwo ist, gibt dir ein bisschen Mühe. Wir sprechen schon über andere Partys hier auf der Bühne. Ja, ja, wir benchmarken vielleicht. Ihr Benchmark. Ja, ja, ja. Ihr Benchmark quasi. Aber ihr seid ja auch noch bei der Party hier. Also die warten wir jetzt mal ab und dann können wir gucken, was besser war. Sehr schön.